Gute Morgen Leute! An diesem wunderschönen, wohl bemerkt, wunderschönen Sonntag. Es gibt erstmal Frühstück. Und nicht wundern, dass hier ein bisschen lauter ist, aber ich glaube, die ist gerade fertig. Die Spülmaschine war dran an. Es gibt gerade noch lauter von dem Spiel, aber ich glaube, jetzt geht's. Weil wir haben gar keine Teller mehr. Nee, haben wir nicht mehr. Müssen wir so einen großen nehmen. Aber passt schon. Naja, es gibt Brötchen, aber Butter steht hier schon an. Keine Ahnung. Alles andere noch nicht. Wollen wir mal machen. Brauchen wir Bucke? Vielleicht mit dem nochmal. Moment. So geht er nämlich ein bisschen besser. Weil wir alles hier zusammensuchen. Ich glaube, das reicht doch schon. Zeig euch mal den hier. Den haben wir für mich gekauft mal wieder. Und der ist so lecker! Wer kennt's? Der ist richtig gut. Cremig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ehrlich. Den werden wir essen. Was machen die Brötchen? Ja. Passt schon. Ich komme ja nicht dran. Hilfe. Der steht zu weit weg. Definitiv. So. Ein Kaffee wird ja auch bestimmt. Wer hat sie nicht gerade gemacht. Naja, warm ist es hier noch. Aber trink ich auch schnell Kaffee, ne? Nur Fragen. Okay. Hast du noch Kaffee? Du brauchst neun. Du brauchst neun? Natürlich. Natürlich, sagt sie. Natürlich, natürlich. Was ist denn diese Dose? Wow. Schmischen ist fertig irgendwo im Pot. Boah. Das hier brauch ich, weil ich jetzt nämlich die Benutzenpads reinkomme, ne? Okay, Leute. Dann werde ich mal Kaffee machen. Ruhchen aufschneiden und dann wird erstmal gefrühstückt. Guten Abend, Leute. Ja, ich habe irgendwie gar nicht mehr gefilmt. Teils vergessen, teils auch nicht. Weil ich habe noch ein Brötchen gegessen. Das habe ich vergessen. Aber war jetzt auch nicht so wow-mäßig. Und dann war ich noch mit meinem Onkel wieder da auf diesem Kindesplatz. Die aber erst nächste Woche losgeht. Aber da gibt es ja schon Trinken, ein bisschen Essen und so. Da waren wir, weil mein Onkel Hunger hat. Und dann bin ich einfach mitgefahren. Wir sind da rumgelaufen, beim Aufbau zugeguckt. Auf jeden Fall richtig cool. Steht schon mega viel. Und ja, ich dachte so, vielleicht filme ich da nochmal, weil wir ein bisschen spannend. Aber war gar nicht. Wird aber eigentlich schon alles fertig beim Aufbau. Keine Ahnung. Letztes Mal war nur gar nichts und jetzt schon alles fertig. Warum nicht? Ja, deshalb habe ich irgendwie gar nicht mehr gefilmt. Und jetzt bin ich im Badezimmer, weil ich mich gerade abschminken wollte. Und ja. Ich denke, komm, erzählst du nur kurz, obwohl es ja gar nicht so viel zu erzählen gibt. Auch gut, ne? Ja. Okay. Und das war es eigentlich schon. Wie gesagt, gegessen Brötchen noch mehr nicht. Jetzt kriege ich auch ein bisschen Hunger, aber wir haben halb elf schon. Halb elf? Ja, halb elf. Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Jetzt geht es leider nicht mehr. Muss ich warten bis morgen. Und bis morgen ist der meistens der Hunger eh weg. Und ja. Das war's. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich wollte mich noch... Genau, das wollte ich auch noch machen. Dankeschön für 200 Abonnenten, meine Lieben. Richtig cool von euch. Ich freue mich mega. Natürlich freue ich mich auch immer über einen Daumen hoch und über einen Kommentar von euch. So, das wollte ich sagen. Auf jeden Fall very good. Okay. Bis morgen dann.